Eilmeldung aus dem politischen Berlin, man plant jetzt wohl die Abschiebung nach Syrien, Afghanistan wieder aufzunehmen und man hat anscheinend gelernt aus der Situation aus Mannheim, so kann es nicht weitergehen. Allerdings lassen Sie uns warten bis nach der Europawahl und ich bin mir nicht sicher, ob Sie an diesem Plan festhalten wollen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Trauer ist immer noch allgegenwärtig um unseren Polizisten Ruven aus Mannheim und es gibt hier Reaktionen der Politik, die alle nur leere Worthülsen umfasst haben, bis jetzt ein SPD-Innenminister und zwar aus Hamburg einen Antrag gestellt hat für die Innenministerkonferenz in 14 Tagen, dass das Innenministerium unter Nancy Faeser ab sofort Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan zu prüfen hat, auch wie wir nach Damaskus mit internationalen Flugverbindungen, wie es hier heißt, Serienstraftäter und Intensivstraftäter abschieben. Das wäre wirklich eine Kehrtwende in der deutschen Asylpolitik und es wäre der Sargnagel für die CDU bei der nächsten Bundestagswahl. Denn die CDU hat 16 Jahre regiert und hat es nicht hinbekommen, uns dieser Probleme zu entledigen. Jetzt soll es quasi eine rot-grün geführte Regierung machen am Ende, die hier Schwerstkriminelle wieder in ihre Heimatländer zurück abschiebt. Das wäre wirklich ein schweres Pfund für Olaf Scholz und Nancy Faeser. Ich mag sie beide nicht, allerdings könnten sie sich hiermit wirklich ein Stück aus dem Sumpf herausziehen, ganz nach Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren herausgezogen haben soll. Es geht hier nach dem Hamburger Innensenator um Suleiman Atai, der Nachname ist inzwischen bekannt, dem 25-jährigen Afghanen, der den Polizisten auf dem Gewissen hat aus Mannheim. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, die die SPD hier erzählt. Es geht eigentlich auch um ihn hier, um Amir N., 18 Jahre, Intensivtäter, Drogenboss und die Aufenthaltsgenehmigung wurde trotz des Status des Intensivtäters in Hamburg verlängert. Er sitzt jetzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft. Wegen was? Naja, wegen schwerem Raub, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung und Drogenhandel. Die Staatsanwaltschaft sie ermittelt. Er kam 2015 als 10-jähriger Junge nach Deutschland, ist 2016 als Flüchtling über die Genfer Konvention anerkannt worden. Dann wurde hier sein Aufenthalt 2019 verlängert und 2022 ist er ab dem 17. Mai als Intensivtäter das erste Mal in Erscheinung getreten und im gleichen Jahr, im Oktober, erfolgte dann schon wieder die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung über eine sogenannte Fiktionsbescheinigung. Also die Behörden wussten, es ist ein Intensivtäter, dem man die Aufenthaltsgenehmigung eigentlich nicht verlängern würde in einem Normalfall und sie haben es hier dennoch getan. Er ist seit zwei Jahren quasi polizeilich bekannt und ist angeblich Anführer der drei 15er Drogenbande von Hamburg, die auf dem schönen Jungfernsteig ihre Geschäfte verüben und zwar mit 14- bis 16-Jährigen vorrangig Syrern, Pakistanern und Afghanen. Es ist vor allem auch viel Gewalt im Spiel. Das sind die Probleme, die Hamburg hat, Berlin hat ganz eigene. Wir haben 321 junge Intensivtäter unter 21, die die Polizei ganz schön in Atem hält und die Stadt unsicher macht. Jetzt wollen die Politiker hier nach Mannheim nach einem toten Polizisten endlich handeln. Es hat wieder ein Menschenleben gefordert, bis die Politik reagiert und ich bin gespannt, ob sie das in zwei Wochen am Ende auch durchziehen. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und vor allem, wenn politischer Wille da ist, gehen manche Dinge quasi sofort. Ich glaube allerdings, das ist eine Wahlkampfente. Man wird das dann am Ende wieder verschleppen von Nancy Faeser. Laut Quellen hier von der Bild-Zeitung ist allerdings das Haus von Nancy Faeser dabei und unterstützt den Antrag des Hamburger Kollegen. Der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte ebenfalls, dass man diesen Antrag unterstützt. Die FDP ist sowieso mit dabei, die CDU auch. Also sie haben quasi eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, dass wir ab sofort Abschiebungen von schweren Gewalttätern, Straftätern und Intensivtätern nach Syrien und nach Afghanistan ab sofort wieder möglich machen. Mir fehlt dabei allerdings der Irak. Im Irak müssen wir auch dafür sorgen, dass die ganzen jungen Männer zurückkehren, wenn sie sich nicht an unsere Regeln halten. Beziehungsweise wir sollten mal dafür sorgen, dass die Leute wirtschaftliche Prosperität in ihrem Heimatland haben, damit sie erst gar nicht zu uns kommen. Allerdings wie gewählt, so bestellt. Deswegen gilt es, am 9. Juni geht zur Europawahl und wenn ihr nicht die Alternative wählen könnt, wegen gewisser Vorfälle, dann wählt etwas anderes, was einfach neu ist. Gebt ihnen die Klatsche und wählt von mir aus auch Frau Wagenknecht oder sonst wen. Hauptsache ihr wählt nicht die Volksverräter, das sind die Sozialdemokraten und ihr wählt nicht die sonstigen Etablierten, die ansonsten nur für leere Worthülsen bekannt sind. Geht wählen oder macht euren Stimmzettel am Ende einfach ungültig. Zeigt ihnen die rote Karte. Wir müssen sehen, dass sie sowas auch ernst meinen, dass sie die Flieger dann am Anfang auch voll machen und die Leute hier ausfliegen. Wenn sie das machen, wenn sie das wirklich machen, dann hat die CDU ein Problem bei der nächsten Wahl und die AfD auch. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Ich bin gespannt, ob du Amir N. überhaupt gekannt hast aus Hamburg, unseren Intensivtäter, der hier auf dem Ticket des Flüchtlings nach Genfer Konvention eine Straftat nach der anderen verübt, inzwischen sogar Drogenboss ist und inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Wir schauen mal, wie lange Hamburg ist rot-grün regiert. Die CDU hat hier Details ans Tageslicht gefördert über Anfragen im Senat. Und jetzt ist es ein Hamburger Innenminister, der für Amir N. zuständig ist, der einen Antrag einbringt bei der Innenministerkonferenz, wo die Bundesinnenministerin und die Landesinnenminister teilnehmen und sich regelmäßig treffen, um solche schweren Straftäter wie Süleyman Atayi aus Mannheim eben abzuschieben nach Afghanistan. Obwohl er Amir N. in seiner Stadt hat, schreibt er ihn nicht in seinen Antrag. Da ist wohl jemand etwas eingeschüchtert von der Situation vor Ort in Hamburg. Man beruft sich dann lieber auf ein Bundesland, was möglichst weit weg ist von einem selbst. Das ist so groß mit Hut. Allerdings ist der Antrag inhaltlich gut und inhaltlich zu unterstützen. Und ich bin gespannt, ob es dafür jetzt endlich genug politischen Willen gibt, endlich mal einen Schritt in irgendeine Richtung zu gehen. Wir treten ja seit Jahren auf der Stelle. Und nicht vergessen, diesen Monat tritt in Kraft das erleichterte Staatsbürgerschaftsrecht der Ampel. Das heißt, wir können schon nach fünf Jahren einbürgern unter bestimmten Voraussetzungen dann schon nach drei. Willkommen, das ist Deutschland 2024. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Denkst du, sie machen hier ernst oder es ist nur eine leere Worthülse? Eine von vielen, eine von vielen, von der SPD vor allem. Damit bis bald.